Hi, ich grüße dich, herzlich willkommen zu 30 Sekunden Photoshop. Heute möchte ich dir mal zeigen, wie du ganz einfach in Photoshop Bilder zueinander ausrichten kannst. Viel Spaß dabei! Heute in der Folge zeige ich dir mal, wie man Bilder in Photoshop zueinander ausrichten kann. Zum Beispiel, wenn man eine Mehrfachbelichtung gemacht hat. Also hier zum Beispiel der Fall, ich habe einmal ein bisschen heller, einmal ein bisschen dunkler belichtet. Und man diese Bilder dann kombinieren möchte mit einem Digital Blending oder HDR, dann müssen diese Bilder natürlich optimal aufeinander ausgerichtet sein. Und dafür hat Photoshop eine Funktion, die das ganz einfach macht. Und ich werde diese Bilder jetzt einfach mal direkt in Photoshop laden und zwar als Ebenen übereinander. Und dafür gehe ich einfach unter Datei, Skripten und dann Dateien im Stapel laden. Dann öffnet sich hier so ein Dateifenster und dann klicke ich hier einfach mal auf Durchsuchen und wähle dann den Ordner Berlin. Und hier sind meine zwei Dateien, die ich gerne laden möchte. Ich sage hier öffnen und dann gibt es hier die Möglichkeit, direkt Quellbilder nach Möglichkeit automatisch ausrichten. Das werde ich einfach mal tun und auf OK drücken. Und je nachdem braucht Photoshop dann etwas kürzer oder etwas länger. Und entsprechend sind dann die Bilder als Ebenen geladen und schon automatisch perfekt aufeinander ausgerichtet. Ich zeige das hier nochmal ganz kurz. So sieht das Ganze dann aus und perfekt. Die Bilder liegen wirklich hundertprozentig übereinander. Alternativ, wenn du die Ebenen schon in Photoshop geladen hast, dann kannst du sie auch einfach alle anwählen mit gedrückter Shift-Taste und dann auf Bearbeiten gehen und dann Ebenen automatisch ausrichten. Das ist genau dasselbe, je nachdem, ob du die Bilder schon in Photoshop geladen hast oder eben noch nicht. Das war es für heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Bearbeiten. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht. Danke auch für das grandiose Feedback unter den letzten Videos. Das motiviert einen wirklich extrem weiterzumachen. Und wenn es dir auch heute wieder gefallen hat, dann lass auch hier wieder einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und wir sehen uns in nächster Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Dein Stefan.